Musik Die Vorteile einer entspannten Rückenmuskulatur sind natürlich dann, dass sich ein Pferd leichter bewegen kann. Ein Pferd kann sich besser bewegen. Ein Pferd wird damit leichter zu reiten sein. Und wenn ein Pferd leichter zu reiten ist, kann es bessere Leistung bringen. Das heißt, in der Dressur kann es vielleicht bessere Grundgangarten zeigen. Im Springen kann das Pferd einfach vielleicht höher springen. Anduvet – Pferde lieben es!